Hallöchen Zuckerschnoden. Willkommen im Garten. Mal noch kurz einen Blick über das Bild erhaschen. So weit bin ich jetzt. Ihr hört hoffentlich auch Vögel. Ab und an mal noch einen Hund und den Hahn und ich denke auch den Rasenmäher und eine Motorsäge, öfters mal ein Auto oder eine LKW. Ich habe mich jetzt extra in eine andere Ecke gesetzt als üblich, um hier ein bisschen mehr Vogelgezwitscher zu erhaschen und weniger Autos. Wir werden sehen. Wenn euch das Video gefällt, dann mache ich das gern nochmal. Der Sommer ist ja lang, auch wenn ich zur Kur fahre, aber das ein oder andere mal gleich vielleicht auch noch hinkriegen. Und wenn es echt doof ist durch die Autos und die ganzen Motorsägen und Rasenmäher, dann lasse ich das. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, nicht, dass ihr Videos seht, die ihr nicht sehen wollt. So, ich mache mal kurz auf Pause, weil ich jetzt von der anderen Seite filme, weil ich drehe mir das Bild noch, stelle euch ordentlich hin und dann legt mal los. So, perfekt. Jetzt sehen wir hier die Folie. Warte mal. So, jetzt nicht mehr, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen herrichten. In der Zeit quatschen wir schon ein bisschen. Ich bin nämlich hier gerade in den Garten gefahren. Unser Nachbar hatte nämlich einen Gartenschlüssel noch. Den müsste ich jetzt warten. Jetzt wäre ich schon längst hier gewesen. Aber das ist nicht schlimm. Hab ich da weile Steine wechselt. Ich probiere mal was Nützliches. So, Moment. Hier ist der Stift. Wachs. Und das Schieber noch. Das Signal brauchen wir auch. Das lesen wir uns gleich mal hier hin. Jetzt muss ich bloß erstmal überlegen. Hm, ich hätte mir doch ein anderes Schiffchen mitnehmen sollen. Aber so ist es dann, wenn man einmal loslegt. Der Wind geht heute. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Mal gucken. Ansonsten müssen wir das irgendwie anders machen. So, jetzt müssen wir das mal schon überlegen. Ich habe ja verschiedene Steine, die ich in AB austausche. Aber mal schauen. Das S habe ich zum Beispiel in AB hier. Das ist die 907. Das W, das W habe ich auch. Was war das W? Die 904. Was haben wir hier noch? Das B. Das haben wir auch. Das ist die 902. So, B. Das K nicht. Das ist das H nicht. Ich glaube, ich mache das mal die Buchstaben, die ich nicht in AB habe. Die anderen lasse ich mir mal hier liegen. Und da fangen wir nämlich jetzt einfach mal mit dem K an. 33, 64 Stiftchen. Ich habe das K an. Dann fangen wir hier an. Dann fangen wir noch ein bisschen nachfüllen. So, ich painte das allererste Mal mit euch jetzt hier im Garten. Ich bin echt gespannt, wie das Video wird. Wie man das hört und wie man das sieht. Es ist recht hell, ne? Und vor allen Dingen, wie man die Vögel hört. Ich hatte schon Angst, man hört gar keine, weil das echt heute früh sehr bewölkt war. Und, aber bei mir am Haus hat man super die Vögel gehört. Dann dachte ich auch, gehe ich jetzt auf den Balkon? Ach nee, auf den Balkon kann ich nicht quatschen. Der über uns war da. Der hat das zweite Schicht oder so. Keine Ahnung. Da dachte ich, nee, das kann ich nicht machen. Der hört mich dann quatschen. Hier im Garten ist das nicht so schlimm. Hier im Garten, da ist in der Woche rundherum niemand da, so wie das ausschaut. Ich bin jetzt gerade die Einzigste. Wie spät haben wir es denn? Ich glaube gegen elf. Ja, ich wollte eigentlich schon halb neun mit euch hier rausfahren. Mit euch hier rausfahren, das klingt auch cool, oder? Jetzt kommt wieder ein Lkw. Ich bin echt gespannt, wie man das hört. Ich hoffe nicht so schlimm. Ich muss die Zeit noch nutzen, vormittags zu painten. Das ist irgendwann bald wieder vorbei. Ruhe zu painten, das ist so was Schönes. Aber mich die Autos schon nerven jetzt. Das habe ich dann zu Hause ja nicht, wenn ich zu Hause paint. Okay, doch eigentlich schon, weil wir direkt an der Straße wohnen und auch an der Straßenbahn. Aber die hört man schon gar nicht mehr. Meine Eltern hören die immer extrem. Aber ich nicht mehr. Und ich glaube, wenn ich auch öfters hier wäre und öfters hier painten würde, dann würde ich die Autos so gar nicht mehr wahrnehmen. Ich meine, wenn meine Kinder da sind, dann höre ich die nicht wirklich. Wenn die hier mit rumspielen, rumschreien. Ich habe meine Folie wieder geteilt in sechs Teile. Und wenn ich dann schon an verschiedenen Stellen gepenet habe und aber noch die Folie hält, dann wackelt die natürlich jetzt durch den Wind. Und total putzisch. Jetzt habe ich gar nicht draufgegeben. Wartet mal, ich mache den Fokus dann doch noch mal so. Dass das nicht noch wackelt hier. Jetzt wieder ein Verkehr hier. Eigentlich ist das gar keine Hauptverkehrsstraße. Aber fährt doch öfters jemand vorbei. Mehr als ich dachte. Vielleicht müsste ich dann im Dunkeln painten kommen. Dann höre ich das nicht mehr. Ist auch eine Möglichkeit, oder? Nee. Jetzt ist wieder ein Vogel. Das ist interessant. Vor allen Dingen, ja, das ist schon krass. Wenn man jetzt, also so habe ich das empfinden. Ich bin jetzt hier. Ich pehne die ja auch so in unserem Garten. Aber nehmen die Vögel da gar nicht so wahr. Ich weiß zwar, dass wir hier zwitschern. Aber wie jetzt, ne. Ich bin ja jetzt extra rausgegangen, damit ich mit euch im Garten painten kann. Und das Vögelgezwitscherhaufen wieder hoffentlich auch gut aufnehme. Dann nehme ich dieses Vogelgezwitscher total anders wahr. Als sonst. Das ist ja extrem vieles. Verschiedene Töne. Und die Motorsäge. Als Teil. Damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet, dass wir diese Motorsäge jetzt haben. Dann werden wir ja einfach unten hier. Ich habe jetzt nur das Kleine. Herrlich. Herrlich. Ich war jetzt nur ruhig, weil ich gelauscht habe. Und ihr hoffentlich auch lauschen konntet. Ach so. Ach so. Dieser Motorsäge. Ja. Aber das ist gut, dass ich ein Stück weggegangen bin. Ich hätte noch weiter weggehen können. Also unser Garten ist recht groß. Zwei mal zwei. Oder anderthalb, sagen wir es mal so. Und ich könnte jetzt noch weiter, aber da sitze ich komplett mit Tisch in der Sonne. Jetzt habe ich den Tisch im Schatten. Und ich sitze nur in der Sonne. Mit meinem Rücken. Müsste dann aber auch bald im Schatten sein. Aber wenn ich noch weiter hinterrücke, um das Autogeräusch noch leiser zu machen, dann sitze ich komplett in der Sonne. Und da weiß ich gar nicht, wie das dann sich fühlt. Deswegen lasse ich das lieber. Und sitze hier genau in der Mitte des Gartens. Das ist richtig schön in der Mitte. Herrlich. Ich glaube, das muss ich doch öfters mal machen. Warum bin ich nicht eh auf die Idee gekommen? Ach so für mich. Das ist echt toll. Ich bin ja nicht der Garten-Fan. Ich verbinde mit Garten nur Arbeit. Und die habe ich zu Hause hier nur rumhurselt. Ich kann daran nichts Schönes sehen. Mein Mann, der freut sich, wenn er am Raten was machen kann. Jetzt war wieder ein EKW. Also ich helfe ihm auch, wenn es vonnöten ist. Aber er macht das Freude. Unsere jüngere Tochter ja sowieso auch. Sie ist eine kleine Handwerkerin. Und von daher übernimmt die mein Port. Sozusagen. Wenn sie mal lustig ist. Macht sie das. Wir sind doch gut vorangekommen. Nein, anders. Mein Mann ist gut vorangekommen. Der hat in der Laube die komplette Decke runtergenommen. Mit unserem Nachbarn. Und die haben sie neu gemacht mit Trockenbau. Dann hat er zwei von vier Wänden ebenfalls mit Trockenbau neu verkleidet. Und das wird das alles noch schickig gemacht. Und dann hat er gesagt, da müssen wir den Fußgurt jetzt doch mal machen. Der ist gefliest natürlich nicht nach. Als Fliesenleger da. Aber für den ist der nicht ordentlich gefliest. Logisch. Deswegen will er ihn jetzt nochmal neu machen. Ja, soll er machen. Da hat sich unsere jüngere Tochter schon angemeldet, dass sie wieder mitmachen will. Auch der Wunsch wird erfüllt. Und. Ich guck zu. Oder spiel Tischfußball mit unserem Jungen. Wir haben ja so einen Tisch damals mal. Den hat er mal zu Weihnachten bekommen. Ich glaube einen Lidl haben wir den gekauft. Der. Das Tischfußball. Da ist Schach. Da ist auch alles mögliche. Da ist sogar ein Fußball dabei gewesen meiner Ansicht nach. Als Stoff. Weil man unten auch ein Netz dran machen kann. Dann hat man noch einen kleinen Basketballkorb dabei. Also das ist schon total toll. Das haben wir in der Corona-Zeit zu Weihnachten gekauft. Damit die ordentlich beschäftigt sind. Dann auch mal mit sowas. Und das hat seinen Zweck super erfüllt in der Zeit. Und dann haben wir gesagt. Jetzt nehmen wir's mit dem Garten. Da steht das seit letztem Jahr am Garten. Und. Ja. Ich sehe gerade. Ich war etwas erschrocken gerade. Was klatscht denn hier runter? Genau neben mir auf dem Tisch ein Vogelschiss. Ich fass es nicht. Ehrlich. Habe ich jetzt Glück gehabt? Also damit muss ich anscheinend hier auch rechnen. Bloß gut, dass ich auf dem ganzen Bild die Folie habe. Also. An sowas habe ich ja nur gar nicht gedacht. Naja. Hm. Egal. Das wische ich dann ab. Sehr appetitlich. Aber egal. Mein Sohn war gestern in einer Mühle. Mit seiner Klasse. Ich mache viele Klassen. Viele Schulen. Finde ich total toll. Ich kenne das ja von Arbeit auch. Unsere jüngere Tochter hat dieses letztes Jahr nicht gefahren. Obwohl ich noch einen Termin rausgefunden habe, der gegangen wäre. Aber nein. Wir kennen es ja nicht anders. Alle lernen. Mittlerweile. Haben uns ja fast geschafft. Und dann hoffe ich. Kann es noch besser werden. So. Der fand das total toll. Die konnten dann auch auf Heuballen rumspringen. Nein. Die haben Brot selber gemacht. Boto selber gemacht. Quark selber gemacht. Und das Brot hat mein Sohn mit nach Hause gebracht. Und das ist total lecker. Echt total lecker. Das ist vollkornbrot. Obendrauf ist Müsli. Also Haferflocken. Nicht Müsli. Oh. Meine Frühjahrsküche sind hier. Sowas. Warte ich mal. Das ist ja doof. Hup den hier rum. Da waren die gestern bis Nachmittag unterwegs mit dem Bus. Mit einem echtem Luxusbus hat er gesagt. Mit einer Tochter jüngeren war ich gestern beim Augenarzt. Da ist meine Große dann eingesprungen. Und hat unseren Sohn mit dem Bus geholt. Und am Rückzimmer sie dann abgeholt. Das ist nur damit er nicht so ewig da kluckt. Im Hort. Das will er immer nicht so. Die Fußball AG ist ausgefallen. Von daher. Noch blöder. Und meine Tochter große. Die hatte eine Stunde eher Schluss. Und da hat sie gesagt. Ja ich fahr durch. Das sind dann andere Busse. Ein Schulbus nicht. Und da muss man dann noch ein Stück laufen. Und das auch über die große Straße. Und ach naja. Das ohne Ampel. Die kriegt das hin. Ja meine Kleinen würden das auch hinkriegen. Aber da. Hm. Das macht mein Herz noch nicht so. Da hat immer mal Angst. Genau. Und da hat meine große den abgeholt. Und. Ja. Auch mal zwar ist okay. Hat einen Tropfen reingekriegt. Und ist aber alles schick. Braucht keine Brille. Obwohl sie gerne eine möchte. Deswegen hat sie sich ja auch mal so ein Fensterglasbrille geholt. Fantastisch. Sieht echt gut aus. Ja steht das. Aber eine Brille brauchen wir nicht. Die kann nämlich. Das ist das was wahrscheinlich ihre Augen auch so anstrengt. Sie kann bewusst schielen. Also nicht so wie wir das nur. Konzentriert auf die Nase gucken. Sondern. Ähm. Die schiebt mit einem Auge. Mit dem anderen nicht. Und das kriegt die dann. Teilweise gar nicht mit. Dass man sie dran erinnern muss. Äh. Guck mal wieder richtig. Ich kann das auch. So machen. Also von. Sagt. Wenn ich da. Wenn man jetzt sagt. Ähm. Schiele mal. Mit einem Auge. Dann geht das ohne weiteres. Aber das soll sie ja nicht. Und damit die Augen sich regulieren. Also das macht die von der Lene wieder. Damit ihr das mitkriegt. Dann guckt sie wieder gerade. Ähm. Das ist jetzt eine Kunst hier. Äh. Wo ist denn das hier vor? Ja. Ich halte das mal jetzt ist. Und weil die Augen sich so anstrengen müssen. Damit sie nicht schielen. Zum Beispiel beim Fernsehen gucken. Oder so. So. Manchmal dadurch. Dadurch. Tränen dann mal das Auge. Oder. Das Köpflein tut ein bisschen weh. Aber. Alles schicki. Wenn sie abends im Bett liefst. Eine Weile. Dann. Dann. Tut's auch irgendwann dann. Na ja klar. Das strengt dann an. Konzentration auch mit darauf. Dass. Oder das. Unbewusste Konzentration darauf. Dass das. Dass sie gerade guckt. gut. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dass man jetzt operieren müsste. Oder so. Das haben sie auch nochmal deutlich gesagt. Und von daher bin ich da echt froh. Okay. Ich glaube heute habe ich noch einen Termin mit meiner Großen beim Arzt. Ja ja. Arzttermin über Arzttermine. Und ich muss noch zum Zahnarzt. Das dauert heute wieder ewig. Mit anderthalb Stunden soll ich rechnen. Oh. Ich war letztens erst fast zwei Stunden. Und das immer nur an einem Zahn. Scheiß Wurzelbehandlung. Ich hab das satt. Letztens da. Hab ich. Spritzen lassen. Und. Oh. Für immer tat das so weh. Das war aber ganz komisch. Das war so ein Druck eher. Stechen. Oder Brennen. Oder irgendwas. So ein Rischdruck. So. Jetzt sehe ich erstmal hier. Da hat sie dann nochmal nachgespritzt. Und mich auch mal kurz in Ruhe gelassen. Ja. Das war auch gruselig. Wie so ein Schiss ab, ey. Und dann noch sowas. So. Jetzt nehmen wir jetzt mal das Kabel da rein. Nehmen wir das Haar. Und ziehen wir mal mein Jäckchen an. Jetzt komme ich in den Schackel. Und dann ist es doch ganz schön frisch. Oh. Oh. Sie ist schön warm. Hier lag in der Sonne. Oh. Oh. Quatsche. Alle Mädelziege. Kalt warm, kalt warm. Ich habe die Folie schon andersrum. Ich habe die Folie schon andersrum. Ich hoffe, damit die hält. An den Stellen, wo sie noch halten kann. Damit sie nicht abgeht beim Transportieren. Deswegen hängt die ein bisschen. Also die ist normal, die Folie. Na, die ist jetzt nicht sehr klebrig oder so. Sehen wir, was mich da heute erwartet beim Zahnarzt. Gucken, ob es ihn zu macht oder nicht. Nur richtig. Mit Wurzufüllung. Ah, ich hoffe. Da muss noch immer gemacht werden. Dasselbe Spiel. Ich weiß halt nicht, ob die das jetzt Fotokor noch macht oder nicht macht. Wir fahren ja bald. Hm. Wir haben nicht bald Ferien. Und ich hatte das Glück, genau in den Ferien noch die drei Wochen zu bekommen. Da war noch ein Platz frei. Was ich ja auch krass finde, ist ja, dass viele Choreinrichtungen, also man kann das ja auf der Internetseite bei vielen sehen. Das finde ich auch toll, wenn auch was frei ist oder nicht frei ist. Und dass dann, da steht so viele Kinder oder so viele Kinder oder so viele Kinder. Und wenn dann steht, Mama mit drei Kindern, kann die Mama mit zwei Kindern nicht fahren. Hm. Das finde ich dann echt uigig, muss ich sagen. Aber ich denke mal, das kann ich mir gut vorstellen, wenn jetzt der Termin gut nahe rückt und sich keiner meldet mit den drei Kindern, dass er den dann doch noch vergeben an welche mit zwei Kindern. Hm. Ich hatte aber Glück, dass noch ein Platz frei war mit zwei Kindern, da wo ich hin möchte. Oder gern hin wollte. Und, aber auch nur, weil das, ähm, guck mal, das ist jetzt abgegangen. Aber auch nur, weil ich mit Trauerbewältigung habe. Also das, zu dem Zeitpunkt, wenn ich zur Chore fahre, ist die Chore mit Trauerbewältigung. Und das finde ich so toll, dass es das gibt. Da kann ich das alles mit meiner Omi nochmal und meinem, das ist schon ewig her mit meinem Omi, aber trotzdem alles nochmal ansprechen. Ich bin echt gespannt, wie die das machen. Was da gesagt wird, gemacht wird, getan wird. Ich freue mich schon. Ich freue mich echt. Ich habe Respekt davor, da hinzufahren. Ich war ja letztes Jahr, na, viele von euch wissen das Jahr. Hatte ich ja auch, äh, ne, ich würde sagen auch in Paint with Me zu dem Thema gemacht. Dass ich wieder zu Hause war, nach einer Woche. Warum, wieso, weshalb. Jetzt geht die Motorwege wieder, oh. Und, ähm, bin jetzt gespannt und aufgeregt, wie es wird. Diesmal nicht in die See, sondern ins Gebirge. Und auch so, dass ich da mit dem Auto hinfahre. Also, mein Mann muss mitkommen und uns auch holen, weil das Gepäck geht bei mir nicht ins Auto rein. Und von daher, musst du ja mit. Seitdem, ich nehme Taschen und quetsche das alles rein. Aber das wollte ich eigentlich auch nicht machen. Taschen lassen sich blöd schleppen. Koffer, die lassen sich wenigstens rollen. Und die können den eigenen Koffer dann rollen, die zwei. So, mein Mann, der kommt wieder eine Woche mit. So wie letztens. Da bin ich ja dann wieder mit nach Hause gefahren. Aber diesmal will ich nicht wieder mit nach Hause fahren. Diesmal stehen wir das durch, hoffe ich. Ich habe da echt Respekt vor. Großer Respekt. Ein bisschen Angst, ob ich das bewältigen kann. So habe ich ja immer noch meinen Mann in der Hinterhand, wenn es mir nicht so gut geht. Wenn er da ist und nicht gerade auf Arbeit ist. Aber ansonsten, ja, da bin ich dann so, ja, dann doch hier auf mich alleine gestellt. Ich nehme mal den Cover-Mein-Lädchen nicht weg. Ich muss mal einen zweiten mitgenommen. Aber das lernt man. Das nächste Mal lerne ich das. Wenn man im Garten ist, dass man da verschiedene Dinge braucht, die man zu Hause nicht doppelt braucht. Ja, zurück zur Kur. Ja, da hatte ich halt Glück. Und bin nur gespannt. Und Angst und Respekt. Na, Angst vielleicht nicht, aber Respekt. Gerade was auch morgens angeht, ne, wo immer Beete da sind und Beete wecken können. Und weil unsere jüngere Tochter ja nicht so gut aufsteht, ne, das dauert immer. Und da sind meine Nerven dann schon blank. Da liegen die schon blank. Hm. Dann steht die irgendwann erst auf. Kurz vor der Angst. Mal schauen. Was uns da erwartet. So sehen die Zimmer wieder schön aus. Bin gespannt, wo die Waschmaschinen in der Trockner stehen. Letztens hatte ich ja das Glück, dass es schräg gegenüber von meinem Zimmer war. So konnte ich früher als erstes waschen. Kleider reingeschlupft. So, jetzt mach ich doch noch die Jacke zu. Kleider reingeschlupft und gewaschen, wenn ich waschen musste. Ja, in der Woche habe ich auch zweimal gewaschen, würde ich sagen. Hat den Balkon zum Aufhängen. Das war schönes Wetter. Ich musste es mit dem Trockner hauen. Und das war auch toll. So, das H haben wir jetzt aufpackt. Jetzt nehmen wir das Z. Genau das Z. Ach, das Z habe ich auch. Das ist 966. Dann tun wir das jetzt auch erstmal noch nicht nehmen. Ach, hier war das A. Ob sie sich auch gleich rauspinken kann. Ach, egal. Machen wir erstmal hier das A. Und als wir an der Ostsee waren, bei der Kur, da habe ich echt abgenommen. Also, ich bin nicht dahin gefahren zum Abnehmen, zum Beispiel zu sagen. Waren welche da? Die hatten dann noch Kochen und so. Fand ich toll. Aber, ja. Ich habe da, weil es mir echt nicht gut ging da oben. Echt noch dazu abzunehmen. War nicht viel, aber man hat es gemerkt. Wenn wir nicht mal Gummibärchen schmecken, dann ist es schon echt fatal. So, jetzt machen wir hier mal noch das V in Rosa. Das ist die 151. Das ist so ein schönes, zartes, zu zartknalliges Rosa, finde ich. Das ist ein richtig schönes Rosa. Das finde ich toll. Was hopst du denn hier mit? Also, nee. Aber die hatten eigentlich recht gutes Essen, muss ich sagen. Es gab auch abends, warte, es gab Mittag warm und abends. Kann ich gar nicht mehr sagen. Ein Essen gab es abends warm. Guck mal, eine Spinne. Seht ihr die? Ein Essen gab es abends warm. Das war mal ein Eintopf oder so. Nee, den Buchstaben mache ich nicht. Und ansonsten ganz normal Schnitte mit Wurstkäse und Salate, grüner Salat und so weiter. Und das war echt toll. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und es gab manchmal ein Eis. Oder ein Pudding. Sowas dann abends noch zu Nacht. Das fand ich auch toll. Gerade auch so für die Kinder, ne? Ja. Ich habe ja auch ein Eisbücher. Da bin ich gespannt, wie das mit dem Essen jetzt ist, weil die da auch sehr drauf achten. Gesund und so weiter. Ja. Als wir ankamen, da gab es auch noch Bananen. Zum Energieschub passen. Mein Energieschub, genau. Zum Koffer auspacken. Energieschub. Kann man so sagen. Wisst ihr, was fragt das jetzt hier ab? Dann muss ich mir das hier tun. Das nervt mich jetzt. Das ist mein Magnet hier. Dann ziehen wir das hier rüber. So. Jetzt sind die Steine umgefallen ein wenig. Aber nicht schlimm. Hier habe ich gesehen noch ein O. Das nehme ich jetzt gleich hier raus. Wenn ich das möchte. Hier war eins. War das nur das eine? Na egal. So, dann ist F. Oh, das F habe ich auch. Hier ist das F. Was haben wir noch? Das war es dann schon, ne? Z. Ah, hier ist noch ein T. Okay. Das pinte ich auch gleich hier raus. Oder wir machen das so. Bleiben, Pech und Panen. Das kennen wir ja schon. Von meinen Videos. Wird nicht gelacht. Nein, lachen nicht. Ganz und gar nicht. Nein, gar nicht. So, noch mehr Töße, bevor. Nee, 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 nee. Ich bin ja echt gespannt, wie das Video wird. Ich greife wieder das Auto, oder jetzt dachte ich, oh. So, haben wir noch einen Tee, nicht wirklich wahr, und das C, was ist das? Ach, das C habe ich auch nicht in der B, da kann man erst mal noch das C machen. C, 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 wo ist es denn? Hier habe ich aber noch ein V drin. Ne, das C rein. Die Farbe liebe ich, oh, das ist die 38, 19, so ein gelb-grün, oh, die finde ich so toll, so schön knallig. Bei der Chor, die Betreuung soll gegeben sein, und sie hatten bis dato, als ich es angemeldet habe, auch noch nie Probleme gehabt, dass das nicht geht, so wie an der Ostsee. Deswegen hoffe ich, dass das wirklich so ist. Ansonsten sind sie jetzt auch ein Jahr älter, noch ein Jahr älter, und ja, da müssen sie dann halt auch mal alleine bleiben. In der Nähe ist ein Waldbad. Ich bin ja nur nicht so die, die gerne baden geht, ne? Mal gucken. Erste Woche ist mein Mann noch da. Der hofft, dass da das Bombenwetter ist. Und, dass sie mit dem Papa noch baden gehen können. Die Birkens krabbelt die Spinne immer noch an meinem Tisch rum. Ganz kleine, süße Spinne. Ich bin echt gespannt, was wir bei der Chor machen. Bis im Wald. Immer viel im Wald sein, wahrscheinlich. Im Wald burken, und so weiter. Das sind wir ja an der Ostsee, dann haben wir das dann gemacht, gewurkt. War von euch schon mal jemand bei der Chor? Und hat gesagt, und da ist ja, was weiß ich hier, das Burken, und diese Therapie, und dieser Gesprächskreis, und dieser Sport, und jener Sport, wart ihr schon mal bei der Chor? Und hab gesagt, nee, den und den Sport möchte ich nicht machen. Nicht, weil ihr das gesundheitlich nicht könnt, sondern weil ihr das einfach nicht möchtet. Wie soll ich das noch erklären? Beziehungsweise ihr da einfach Panik vorhabt. Oder irgendwas. So, ja. Aber nicht, weil ihr gesundheitlich nicht könnt, was heißt jetzt hier, wegen der Knie oder so, sondern im Allgemeinen jetzt. Ich weiß, an der Ostsee damals, haben die mich gefragt, ob ich irgendwas nicht machen würde, hab aber alles mitgemacht. Und im Nachhinein dachte ich mir, oh, nee, hättest du das bloß gesagt. Ich hatte mich nicht getraut. Und jetzt ist es halt so, dass ich sage, ja, also, hm, das und das möchte ich gar nicht mitmachen. Wie wäre dann das? Aber, kennt ihr das? Habt ihr damit Erfahrung? Könnt ihr mir da vielleicht irgendwie was sagen, wie die dann reagieren? Beziehungsweise kann man das überhaupt machen, ohne dass die Krankengasse dann rummeckert? Die lege ich jetzt doch weg, weil ich hab hier nur ein F. Und das lege ich auch. Im normalen Stein sozusagen. Zack. So. Jetzt haben wir das Z. Das Z ist die 966. Das ist dieses Grün hier. Ich muss jetzt mal gucken. Ein Besuch einer Wespe. Seht ihr die? Die hat bestimmt gedacht, das Eis. Wie mache ich es denn jetzt hier? Hier ist noch ein F und ein Z lang. Das W ist das ganz dunkler. Warte mal, ich gucke mir das W in echt an. Das sieht ja ganz anders aus. Das ist das W. Das ist das B. Was ist das? Das sieht ja auch ganz anders aus. Die 907 ist das S. Das ist ja... Oh, das sieht toll aus. Das S nehme ich in der richtigen Farbe. Dann mache ich das zuerst. Ich gucke mir immer die Farben an. Oder eben auch die Stellen, wo es hin muss, was da gut passt. Ich dachte, ich würde hier das W nehmen und das Z. Mal gucken. Auf jeden Fall mache ich erst mal das S so. Gut, dann mache ich hier noch ein Streifen rein. Wartet mal. Ich mache mir mal den Stein hier auf das andere Stückchen drauf. Ich werde hier so einen Streifen reinmachen, das hinterher liegen. Das war's B. Ich mache mir hier den Streifen rein. Das war nicht B. Hä? Ist das ein B? Nee, das ist ein S. Also ihr seht, ja, ich pinte hier, weil manche sagen, der Wachs bleibt hängen am AB-Stein. Ich pinte hier mit Wachs von Craft & Wedding. Bei mir bleibt da nichts hängen. Dürft halt nicht so viel reinmachen. So, dann haben wir hier den Streifen. Ja, ich will ja nicht alles austauschen. Nur ein bisschen. Ich mag das ja nicht, das ausgetauscht ist. Aber so ein komplettes Bild mit AB-Steinen habe ich noch nicht gemacht. Das muss ich auch mal so sagen. Das gibt's ja. Straßsteine ja, aber AB-Steine noch nicht. Mal schauen. So, dann lassen wir das jetzt hier so. Und hier mache ich aber hier rein. Ein laues Lüftchen. Das ist ja wieder ein anderer Piematz. So, und den Rest rein. Das klingt toll. Ich hoffe, ihr hört den. Das klingt so toll. Deshalb bin ich jetzt leise. Die dänischen Autos. Ne, wo ist der jetzt hin? Das war ein Hahn. Habt ihr den gehört? Also, wenn der jetzt erst weckt, das ist ein bisschen spät. Oder er weckt zur zweiten Schicht. Okay, dann ja. Dann weckt er richtig. Schöne Steine. Richtig schöne Steine. Die sind gleichmäßig. Und jetzt ist die Schichtlinie. So. Und dann wird die Farbe auch geschafft, würde ich sagen. Ja. Das Helle ist weg. Also, das war das S. Die 907. Das ist eine wunderschöne Farbe, finde ich. Diese Apfelschüppchen, die finde ich auch total toll. Ich liebe ja auch diese Blattschüppchen. Gibt schon schöne Schüppchen. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Da ist noch ein S. Da brauche ich aber so ein S. Jetzt kam ein Traktor, weil hier hinten sind Felder. Oh, das Indie haben unseren Pool nicht abgedeckt. Wisst ihr, was da von einer Schicht drauf war? Die haben ja vergessen abzudecken. Oder haben nicht dran gedacht. Oder haben es offen gelassen, aber dachten, naja, wir gehen den nächsten Tag eh wieder hin. Und dann kommt mein Mann hierher und sieht das. Was da von einer Schicht drauf war auf dem Pool? Ekelhaft. So, jetzt gucken wir mal das W. Wie war das mit dem W? Das ist das W und das ist das W. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und das ist das B. Das ist ja noch, aber das gefällt mir nicht. Ich nehme jetzt das. Das tausche ich jetzt komplett aus. Guck mal, Flieger. Wie das funkelt. Für die, die vielleicht erst jetzt zuschauen und gar nicht meinen Kanal so richtig kennen, sondern aus Versehen auf meinem Kanal gelandet sind. Oder bewusst. Die AB-Steine, die habe ich von der lieben Pixelfee. Da bestelle ich die immer. Gibt aber natürlich noch viele andere Shops, die das anbieten. Da denke ich an die Schanin X zum Beispiel. Die hat auch schöne Leuchtsteine und vor allen Dingen hat die auch nicht nur weiße Leuchtsteine. Die hat auch grau und rot und gelb und ich glaube grün. Die habe ich. Hatte ich mir mal alle bestellt in eckig und rund. Und habe bisher nur einmal den roten genommen, den rund. Das ist ja ein Herz. Nein, ein Gnomenbild. Das fetzt echt. Das wird schon wieder der Vogel so schön. Ich glaube, ich muss Wachs nachladen. Oh, wie das funkelt. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber ich werde mit euch die Palme gar nicht fertig machen. Das dauert ja doch noch eine ganze Weile. Mögt ihr eigentlich solche langen Videos oder lieber nicht? Bei mir ist das immer geteilt. Also ich gucke mir gerne so eine langen Videos an. Aber da muss ich dann die Zeit dafür haben. Ich mag, ich hasse es, wenn ich Videos unterbrechen muss. Weil ich dann absolut vergesse, was für eine Frage gestellt wurde. Was wollte ich jetzt eigentlich schreiben? Ich habe mir dann schon mal angewöhnt, während des Videos gucken, den Text schon in die Kommentare so halb zu verfassen und dann einfach fertig zu schreiben, wenn das Video alle ist. Und das geht ja nicht, wenn ich das Video wieder ausmachen muss. Deswegen muss ich mir immer für solche Videos, die länger gehen, bestimmte, also da muss ich genau gucken, wann ich das machen, wenn ich da gucken kann. Zum Beispiel mache ich das gerne beim Putzen, beim Bügeln. Und ich sammle ja die Bügelwäsche und dann bügle ich gleich mal eine halbe bis eine Stunde und da kann man dann auch mal ein längeres Video gucken. Da mag ich das dann immer nicht umzuschalten auf ein neues Video, deswegen gucke ich dann immer ein längeres Video. Gerade von der lieben Heidi, von Kraft & Wedding, da gucke ich dann immer einfach herrlich. Und die anderen Videos, die nicht so lang sind, von allen anderen YouTuber, oder auch von Heidi, ist ja egal von wem, die kann ich immer mal zwischendurch gucken. Gucke ich immer mal eins, dann denke ich, oh nee, da sind schon wieder drei neue Videos, oh nein. Dann gucke ich mal eins, dann gucke ich irgendwann das andere und dann wieder das andere. Da sind zwischendurch schon wieder neue da. Aber so ist das. Man kommt einfach nicht hinterher, weil man verschiedene YouTuber hat, die man gerne schaut. und so ist das dann. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich hier den ganzen Tag dann YouTube-Videos gucke, wenn ich pinte. Ich gucke da auch gerne mal Fernsehen bei. Den ganzen Tag, wenn ich YouTube-Videos mache. Ich pinte auch nicht den ganzen Tag, schon wäre es ja, aber dass ich, wenn ich pinte, auch nicht die ganze Zeit YouTube-Videos gucke. Das mache ich eigentlich selten. Ich mache das lieber, wenn ich irgendwas im Haushalt mache oder wenn ich was am Computer mache. Dann lasse ich das nebenbei laufen und gucke dann immer mal rein. Ich habe hier unten die ganz vergessen, sehe ich gerade. Da mache ich das weh noch mit rein. Das habe ich ja ganz vergessen hier unten. Nee, nee, nee. Also echt mal. Da haben wir doch ein J drin. Und ein O. So ist das, ne? Da muss man dann die Steine nochmal rausholen. Ach, ich das liebe. Also ihr seht, ich habe auch den Wachs nachgeladen. Bleibt bei mir nicht hängen. So, jetzt haben wir das Weh. Nee, hier ist noch eins. Auch fertig. Ach nein, hier oben. Dann muss man das hier mal abmachen. Wenn ich zu Hause bin, habe ich ja noch mein großes Lineal. Das nehme ich eh lieber. Aber das schleppe ich ja nicht mit mir rum. Das passt ja nicht ins Federmäppchen. Ach, wollte ich nicht eigentlich auch mal ein Video machen von meiner Federmäppchen? Ich will das mal schon mal machen. So. Jetzt haben wir die, was war das? Die 904. 904. Also auch die A-B-Steine, ne? Ineinander weg. Und das ist raus. Nicht krass. So. Jetzt muss ich mal schnell nochmal das O und das J rausholen. Mal schnell füllen. Warum eigentlich mal schnell? Quatsch. Jetzt fliegt ein Flugzeug über mir. Ach ja, da würde ich auch gern mal wieder drin sitzen. Oh, der war laut jetzt. Schön in die Türkei. Oh, jetzt siehst du auch noch einen Weh, Mann. Bin ich denn jetzt? Wie gucke ich denn heute? Ich habe sogar noch drei. Nee, 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 nee. Finde ich gleich aus dem Zippbäusel. Oh, jetzt wird es wenig. Ich überlege jetzt noch wegen dem B. Warte mal, das B. Ich muss erst mal hier rein. Ein Irrläufer. Und das machen wir erst mal hier die ein bisschen. Dass das nicht alles so funkelt da. Das mag ich ja auch nicht. Oh, das riecht gleich nach Traktor. Nach dem Benzin. Oh, Abgase. Oh, böse. Und der nächste Traktor? Die neuen Traktoren, die sind nicht so laut. Das ist immer schön. Aber wenn die ihre Hänger dran haben, die lernen, die sind ganz schön laut. Hier mache ich dann AB. Ja, O. Genau. Wenn nicht. Die lassen sich echt prima legen hier. Richtig toll. So, ihr Lieben. Ich werde jetzt aber das Video beenden. Knappe Stunde. Das reicht zu erst mal. Können wir sie gerne in die Kommentare schreiben. Wie ich schon gesagt habe. Gerne mal lang, noch länger. Oder reicht das? Oder das ist zu lang. Es gibt eh verschiedene Meinungen und verschiedene Geschmäcker. Also ich finde die Länge gut. Eine Stunde ist immer gut. Also wenn ich painte, da ist immer eine Stunde gut. Wenn ich dann doch mal ein längeres Video beim painten gucken sollte, dann finde ich eine Stunde immer gut, weil viel länger paint ich eh nicht am Stück. Deswegen werde ich jetzt auch alles wieder zusammenräumen. Weil ich ja dann mit meiner Tochter zum Arzt muss. Die muss ich aus der Schule holen. Dann. Jetzt war dann Schluss. Das ist ganz gut. Da müssen wir nicht noch irgendeine Entschuldigung schreiben. Aber abholen muss ich sie trotzdem. Weil immer wenn sie erst nach Hause kommen mit der Straßenbahn die dreiviertel Stunde bis Stunde. Das schaffen wir dann nicht. Ich mache mal jetzt hier noch das B mit euch fertig. Ohne AB. Hier werde ich AB reinmachen. Also das Bild an sich ärgert mich ein bisschen. Ich wollte euch das am Anfang gezeigt haben. Ihr könnt ja gerne nochmal vorne gucken. Die Gnome kommen nicht gut raus. Absolut null. Das ist alles irgendwie zu hell. Ach, ich weiß auch nicht. Das liegt doch nicht am AB-Stein. Das ist aber irgendwie die Farbkombi. Ist nicht so toll. Vor allem hier bei dem in der Mitte. Guckt gerne nochmal an den Anfang. Da seht ihr das. Aber was soll's. Wird trotzdem fertig gependet. Sind ja schließlich Gnome. Das Bild hätte ich gerne noch in größer. Das ist wohl wahr. So, machen wir hier noch ein bisschen AB rein. Hier AB, hier AB. Und dann sonst mach ich's B. Jetzt ist es fertig. Was ist das nun? Und ist das jetzt eine kleine Vespa, eine kleine Biene? Oder ist das also eine Stehe? Gibt da solche Stehe? Viechter. Stehe. Irgendwie mit Stehe irgendwas. Ich bin da nicht so Wissen, ich hab da nicht so ein Wissen drüber. Sag mal so. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Stehfliege? Das ist aber keine Fliege, das ist ja eine Wespe oder eine Biene. Stehbiene, Stehfliege, Wespe. So, hier haben wir kein B mehr. Hier ist auch keins mehr. Hier kommt AB rein. Die C mach ich noch. So, jetzt haben wir es um 12. Hört ihr die Kirchenglocken, Leuten? Drauf, eine Glock. Und dann. Hier AB, hier AB, hier AB. Und hier AB. Das mach ich noch fertig. Dann. Ohne euch. Oder? Ach, wisst ihr was? Das ist jetzt egal. Macht das jetzt mit euch. Wir haben es ja dann geschafft. So, B war 702. Wisst ihr, dann haben wir dann die Palme geschafft. Gemeinsam. Und das gut. So, hier war kein B mehr. Hier war B. So, hier war B. So, hier war B. So, hier war B. Oh, das war ich total versunken. Ich habe gar nichts mehr gesagt. Entschuldigt. Völlig jetzt auf diese Glocken fixiert. Ei, es tut mir leid. Vielleicht habe ich es noch rausgeschnitten. Es tut mir leid. So, jetzt haben wir das B fertig. Schön leuchtig, leuchtig. Und jetzt machen wir noch das Z. Und da habe ich mich jetzt aber entschieden, das in Normal zu pinken. Ohne leuchtig. Ohne leuchtig. Ohne leuchtig. Habe ich es leuchtig gesagt? Nein. Ich habe die AB Farbe, die 702 jetzt fertig. Und jetzt machen wir aber die 966 bis Z in normaler Farbe. Oh, jetzt habe ich das ja rausgeschüttet. Das sieht cool aus. Das ist eine schöne Farbe, so eine schöne Pastellfarbe. Jetzt geht wieder die Motorsäge an. Klebe mal beordentlich zusammen hier. Wie lange so eine Kirschenglocke geht, ist Wahnsinn. Das finde ich schon krass. Da achtet man eigentlich sonst nicht so drauf. Aber ich war so fasziniert gerade von dieser Kirschenglocke, dass ich echt so lange stille war. So, jetzt haben wir das fast geschafft. Haben wir wieder einen Teil des Bildes geschafft. Als nächstes werde ich das Wasser machen. Oder an der anderen Ecke noch, ach, werde ich an der anderen Ecke erstmal noch die Pflanze machen. Palmen. Und Blätter. Oder was auch immer das darstellen soll. Aber das mache ich dann zu Hause. Ich bin ja froh, dass mein Handy jetzt durchgehalten hat. Ich werde extra nochmal vollgeladen. Ich habe auch hoffentlich halt das durch. Das wird doch mit dem Speicher. Aber ich mache eigentlich immer alles runter. Die Videos zumindest. Aber so viele Bilder, die man drauf hat. Das nimmt ja auch einen Haufen Speicherplatz weg. Aber man könnte das Bild ja nochmal irgendjemand schieben. Irgendein Bild. Oder man könnte das Bild ja nochmal gebrauchen. Oder wenn man sich an irgendwas erinnern will, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir ja das Bild dazu. Und dann hat man es nicht mehr auf dem Handy, dann ärgert man sich. Und deswegen habe ich das immer noch auf dem Handy. Meine ganzen Bilder. Ich will ja auch ein neues. Ich bin ja auch so ein... Was ich habe, habe ich. Das weiß ich. Das funktioniert noch. Und ja. Ich will ein neues haben. So, jetzt haben wir das Set fertig. Jetzt hole ich nur nochmal das F raus. Schau mal da noch ein F raus. Was ich vorhin nicht gesehen habe. Und das mache ich auch ja noch mit dir. So. Liebe. Wir haben die Palme geschafft. Und das in einer guten Stunde. Oh ja. Ganz schön spät. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über den Daumen sehr freuen. Und ich würde mich freuen, natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Beim nächsten Video egal was für eins. Aber ich würde euch bitten, mir das mal nochmal in die Kommentare zu schreiben. War das zu lang? War das okay? Ja, genau. Da würde ich mich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und viel Spaß beim Pinken. Tschüss. Ja, danke. Murray. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020